Wir sind die Hero Picking Band und wir haben auf Facebook ein ganz Gewinnspiel gemacht und zwar spielen wir im November wieder in Pullman City und sind da in den CMA Awards und wir hoffen, dass wir viele Fans haben und wir haben auf Facebook eine kleine Umfrage gemacht welchen Song ihr gerne von uns hört und jetzt wollen wir mal kurz den Sieger ziehen. Wir haben alle von denen, die drauf gepostet haben, hier als kleine Zettelchen dabei. Einen Moment. Karin, Karin, wir brauchen eine Fee, wir brauchen eine Zielfee. Ich hab' mir nur auf die Bühne kommen, so einfach. Natürlich. Okay, wir haben alle 10, die bei Facebook mitgemacht haben, hier in diesem Hut versammelt. Und Karin, unsere Glücksfee wird nur den oder die Gewinnerin ziehen. Einen Tusch bitte! Daniela Dietl Daniela Dietl ist nicht heute hier Also, Daniela Dietl ist auf jeden Fall die Gewinnerin von unserem Facebook-Wettbewerb Und zwei Karten für Perman City umsonst gehen an Daniela Dietl Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank!